Nicht mehr! Scheiße, Alter! Hat ja gar nichts gebracht, ey. Er ist ungedeckt! Er steckt fest, Schatz, Junge! Fuck you! Vitalisiert! Feind ausgeschaltet! Gott, ich hab halt nur noch diese Distanz, äh, diese Nahkampfwaffe. Das ist meine vollständige Scheiße, du Arsch! Lass nach, gib mir Deckung! Den Gang hatten, perfekt. Nice! Was war das denn jetzt? Ein kleiner Fackeln hier. Oh, nice! Das haben wir jetzt hier alles bekommen, ey. Okay. Okay, ich bleib hier. Wenn der mal spritten würde. Oh, shit! Das war mal der, ne, Zivilistin. Verdammt, Walker! Wir haben uns im Zingel! Los, Mann, los! Sorry, Leute. Das wollte ich jetzt wirklich nicht. Das war ein scheiß Reflex. Ein wenig Fisch! Feind ausgeschaltet! Ist da? Habt den Wichser! Aufrücken nach dieser Position! Los, los, los! Lade nach! Seid langsam! Ja. Ich mach mal. Stirb da oben. Mach dieses Ding kaputt hier! Alles ist die beste Möglichkeit! Ich bin schon dran! Hallo, mach dich! Das mache ich schon. Guck mal, ich visiere nicht ran. Das schießt so kreuz und quer. Geld kaputt, ey. Ja, mache ich schon die ganze Zeit. Aber es passiert nichts. Na endlich. Boah. Strandspaziergang hier und so. So. Zivilisten? Haben die Soldaten Sie mitgenommen? Ja, haben Sie. Einmal auf! Einmal auf! Dann brauchen wir alle und das Sie. Dann wollen wir mal auf. Ja, wie? Gut auf! Da braucht man keinen Dolmetscher mehr. Da haben Sie sie kommen. Ich kann damit sein. Was sagen Sie jetzt? Wir wollen, dass wir abhauen. Wir sollten verschwinden, die Leute trauern lassen. Ja, das ist ja auch das Mindeste. Kommt. Ei, 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 ei. Aber wo kommt ihr denn bitteschön alle her jetzt? Alles okay, Walker? Du bist so ruhig. Ich denke nach, was wir jetzt machen. Willst du uns deine Gedanken mitteilen? Tja, nach Lage der Dinge glaube ich, es gab Kämpfe innerhalb der 33. Naja, und die Sieger? Beschlossen zu bleiben und Dubai zu übernehmen. Klingt nach Chaos. Ist es auch. Die CIA war bei Weißfelern hier, um aufzuräumen. Lang genug, um zu wissen, was in dieser Stadt vorgeht. Auch was mit Conrad los ist? Genau. Wenn wir die CIA kontaktieren können, finden wir auch Conrad. Oh mein Gott. Was ist? Ich krieg hier was rein. Das müsst ihr euch anhören. Lasst mal hören. Ihr Name, der ihre Einheit ist. Patient Band ist ja nicht. Gut. Was wollen Sie und Ihre Männer in den Ball? Der ist ja nicht. Wir suchen nach Überleben. Okay. Er sagt wohl die Wahrheit. Das reicht, Lübe. Ja, Sir. Kannst du das Signal orten? Schon passiert. Kommt von da drüben. Okay. Wir kriegen unsere ganzen Emissionen von Geräuschen und so einen Scheiß. Wenn die 33. den Scheiß sendet, hat das einen Grund. Du denkst ein Köder? Wir beißen an. Ja, das tun wir wahr. Das ist fair. Hey, guckt euch das an, Alter. Das Signal kommt von da unten. Ganz unten. Die 33. wirft die Angel weit aus. Holen wir sie ein. Du weißt, das ist eine Falle. Ja, aber hier sind alle verrückt. Daniels ist vielleicht unsere einzige Hoffnung, was auszurechten. Kommt mit. Dann ruft schon mal eine Runde. Guck mal, da ist alles, alles in den Sand verschüttet worden. Ich fragte, wie das passiert sein soll hier. Hier ist der letzte. Der letzte ist dann der Altima. Nehm nur, hab ihm sowieso Fänzen geklaut. Ach, der blöde Arsch. Allerdings. Bei der ganzen Scheiße vergesse ich immer, wie schön es hier sein kann. Bin ich auch. Weißt du, manchmal nachts setze ich mich hier hin und werde im Witz. Ja, erinnert mich dran, wie der Wind zu Hause immer in den Bäumen geholfen hat. Total friedlich war das. An Frieden mag man ja hier gar nicht mehr glauben. Man muss Frieden suchen, egal wo man ist, damit man weiß, wofür man kämpft. Ruhig und schmerzlos. Okay. Den Scheiß haben wir. Moment. Neben mir sind Soldaten. Erst feuern, wenn ich es sage. Weitere Grey Fox Leute in der Gegend. Seien Sie bereit. Und die Zivilisten. Dann konnten wir die Rausch schaffen. Einige. 30, 40. Wir wissen es noch nicht. Verdammt. Vergib Ihnen, denn Sie wissen nicht, was Sie tun. Bitte, Sir. Nichts, Corporal. Sagen Sie dem Tower, wir senden bereits. Wir sind vorbereitet. Ja, Sir. Corporal, hat sich Lieutenant Bradle schon gemeldet? Nein, Sir. Checken Sie die Treppe mal, sehen wo er bleibt. Ja, Sir. Gucken, was passiert. Scheiß, ich dachte, wir könnten da irgendwie besser ownen. Ja, scheiß ab. Sie bewegen sich. Im Erdgeschoss wimmelt es heute ein Gaus. Los. Alles klar. Also ich habe diese Stelle schon, das weiß ich noch von meinem ersten Durchspielen. Ich habe diese Stelle mehrere Male versucht, komplett ruhig zu spielen. Es geht nicht. Egal, was du machst, egal, wie du es machst. Wir merken dich halt. Das ist echt scheiße. Exekutieren. Arschloch. Nochmal exekutiert werden. Nehmen wir nur UMP mal mit. Und hier hinten mal die Pistole. Ich glaube, die beiden habe ich mich noch nicht. Ja, springen. So. Hoch. Und jetzt, was haben wir hier? Munition auffüllen. Perfekter. UMP. Nachladen. Na los. Easy an. Fango erledigt. Schrotflinte auf dem Feld. Oh, Störfalt. Aufdauen. Aua. Oh, scheiße. Habe ich gar nicht bemerkt. Fuck you. Woher da jetzt? Nein. Soll man nicht. Oh, guck mal. Ein bisschen trainiert. Wo muss ich denn hin? Freut mich für dich. Freut mich für dich. Wo kommen die denn her? Scheiße. Ruhe jetzt. Scheißschott, die Arsch. Du, hör auf. Weg damit. Okay, weiter geht's. Los, vorwärts. Das ist doch Wahnsinn. Ich weiß nicht. Aber irgendwer befiehlt das alles hier. Aus der Typ im Radio. Weißt du, würde erklären, wieso Dubai total durchdreht. Boah, ich habe eine dicke Wummer. Aber die habe ich schon. Müsste ich nachher mal durchschauen. Durchchecken, was ich noch alles brauche im Endeffekt. Ah, das sieht ziemlich komisch aus, da im Schatten. Warte. Scharfschützen. Ein Präzisionsgewehr könnte nützlich sein. Ein Sperrgewehr. Nettes Ding. Wir erwarten uns. Wenn wir jetzt drüber gehen, sind wir tot. Das kann man schnell erledigen. Boom. Dammig. Scheiße. Ich habe einen vernünftigen Blickwinkel. Zack, der ist down. Haltet die Augen auf. Ich lade nach. Aura nicht. Nein, da war noch einer. Scharfschützen werden die mir mal mit. Ich muss mal gerade was nachschauen. Was wir noch bräuchten im Endeffekt. Jetzt kann ich das Kanal erweiten. Weder Zurückhaltung, absolviere, Selbstmordmissionen, Schwierigkeiten von Bar. Sind exklusive Objekte in der Luft, entledige dabei jeweils mindestens ein Gegner. Alle Informationen, Bände, alle Kapitel. So. Das habe ich schon. OMP habe ich auch schon. Scharfschütze, Schrupphünte. Schwere Waffen. Leichte Waffen. Gewehr. Präzisionsgewehr. Pistole gibt es anscheinend nicht. Oerzähne zu den leichten Waffen. Gut, dann brauchen wir das ja nicht mehr weitermachen. Dann können wir ja jede Waffe nehmen, die wir wollen. Das ist ganz gut. Wo sind sie denn?